Hi Leute, hier ist wieder Sven vom Case Tester Blog. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier mal wieder das 12 Pro Max liegen und in diesem Video geht es einmal um Bumper. Ja, Bumper. Normalerweise nutze ich nur Schutzhöhen oder teste eher gesagt nur Schutzhöhen, aber irgendein Kommentar hat mich mal drauf gebracht, einfach mal einen Bumper zu testen und ich habe einfach mal einen von Reno Shield bestellt, weil die Marke ja ziemlich bekannt ist und auch sehr guten Schutz bietet. Ja, ich zeige euch mal kurz den Bumper, denn viele gibt es davon nicht mehr auf dem Markt und in diesem Test soll es jetzt weniger direkt um diese Marke gehen und um diesen Bumper, sondern allgemein um das Thema Bumper und die Frage, ob so ein Bumper besser ist als eine Schutzhülle oder ob es ihr wenigstens das Wasser reichen kann. Ja, gekauft habe ich hier das von Reno Shield, das kostet 24,99 Euro auf Amazon. Ich weiß, das ist teuer, aber das ist halt Reno Shield, da ist alles teuer. Ja, ich habe hier wie gesagt das 12 Pro Max liegen, aber diesen Test könnt ihr halt auch für alle anderen Smartphones verwenden. Wir starten gleich mit dem Test, da fange ich wieder an mit den Vorteilen, arbeite mich durch zu den Nachteilen und am Schluss gibt es einmal ein Fazit von mir, ob sich ein Bumper lohnt, ob es an eine Schutzhülle rankommt und warum es nur so wenig davon überhaupt noch gibt auf dem Markt. So, viel Spaß mit dem Video. So, kommen wir zu den Vorteilen. Ich mache das Ganze jetzt mal drum. Das besteht hier aus zwei Teilen. Hier haben wir nochmal so einen Plastikrahmen, damit das Ganze ein bisschen versteift ist. Wer übrigens wissen will, was ich hier auf dem Display habe, weswegen das so matt ist, habe ich auch schon mal ein Video darüber gemacht. Einfach mal bei mir auf dem Kanal schauen. So, erster Vorteil. Wir haben hier einen sehr guten Sturzschutz. Ihr seht selber, dass das Ganze ziemlich dick ist. Das heißt, fällt einem das Ganze mal runter so oder so oder auch so, da ist das iPhone mit Sicherheit nicht kaputt. Hier habt ihr einen dicken Rand, da habt ihr einen dicken Rand und auch die Hülle oder eher gesagt der Bumper an sich ist ziemlich dick. So, zweiter Vorteil. Ihr habt hier ein Display und einen Kameraschutz. Ihr seht es. Das geht hier nochmal ein gutes Stückchen rüber. Heißt, fällt euch das mal so hin oder ihr legt es ab, berührt das Display nicht den Untergrund und kann dementsprechend auch nicht kaputt gehen. Gleiche Sache haben wir auf der Rückseite. Hier ist die Kamera geschützt durch diese dicke Umrandung und natürlich auch die Rückseite. Wenn euch das Ganze so runterfallen sollte. Nächster Vorteil. Ihr habt hier keine Probleme mit MagSafe. Ich habe jetzt den MagSafe gerade hier nicht liegen, aber ich habe hier das Apple Wallet liegen und das kann man natürlich einfach hier so drauf machen. Beim iPhone 12 Mini wird das wahrscheinlich aber nicht mehr passen, weil das genau an die Ränder geht und dann hier wiederum stören würde. Nächster Vorteil. Die Rückseite ist sichtbar, aber natürlich nicht geschützt. Das ist vielleicht auch so eine Sache, weswegen Leute sich so einen Bumper kaufen, dass die halt hier noch die Rückseite anfühlen können und halt das Ganze nicht verdeckt wird, auch nicht durch eine transparente Hülle. Nächster Vorteil. Die Knöpfe sind gut bedienbar und haben einen hörbaren Druckpunkt, falls ihr es hört. Das gefällt mir immer sehr gut und daran erkennt man sehr gute Qualität. Nächster Vorteil. Die Aussparungen sind auch alle gut getroffen. Hier für den Lightning und hier für die Lautsprecher. Hier wird nichts verdeckt. Der letzte Vorteil. Das Ganze ist kompatibel mit großen Panzergläsern und Schutzfolien. Ich habe hier eine große Schutzfolie, eine Matte drauf. Die geht schön bis an die Ränder und hier wird nichts an den Seiten wieder hochgedrückt. Kommen wir mal zu den Nachteilen von Bumpern. Keine Stabilität wie bei Höhen. Ihr seht es selber. Ich kann es hier einfach ganz normal auseinanderziehen. Höhen sind halt hinten geschlossen und dadurch haben die nochmal eine komplette Stabilität drin. Das haben wir hier leider nicht. Der nächste Nachteil ist es für mich viel zu dick. Ihr seht es selber. Das gefällt mir nicht. Ich bin eher so ein Gegner von zu dicken Höhen. Das sollte eher so mittelmaßdick sein. Darf aber trotzdem guten Schutz bieten. Ja, nächster Nachteil. Dicke Kanten stören. Sieht nicht so gut aus, aber geht nicht anders. Damit meine ich diese Kante hier. Die muss halt so übelst dick sein, damit die über der Kamera steht, weil das die iPhone 12 Pro Modelle, die Kamera, die steht halt extrem weit raus. Das heißt, diese Kante muss auch extrem weit rausstehen. Aber es nervt halt, wenn man es so in der Hand hat, weil man hat hier halt immer eine Kante, wo man hängen bleibt. Nächster Nachteil. Wie gerade schon gesagt, die Rückseite ist natürlich nicht geschützt. Hier müsst ihr gucken, dass ihr denn da irgendwie so eine Folie drauf klebt oder so. Weil habt ihr das Ganze in der Tasche oder in der Handtasche, dann kann euch das Ganze halt zerkratzen. Auch wenn Apple sagt, dass da sowas von kratzfest ist, dass da eigentlich nichts passieren kann. Macht es trotzdem lieber, wenn ihr das iPhone später verkaufen wollt und dafür noch einen guten Preis kriegen möchtet. So, der letzte Nachteil ist der Innenschutz. Ein Innenschutz, mit Innenschutz meine ich sowas hier. Der hat zum Beispiel so eine Mikrofaser. Das ist die originale Apple-Hülle. Das heißt, kommt da mal irgendwas zwischen Hülle oder sowas. Das wird festgehalten, zerkratzt euch nicht die Rückseite. Hier ist halt alles offen. Und hier kann man keinen Innenschutz machen, weil wie gesagt, ihr habt halt gar keine Rückseite. Das finde ich für mich auch ein großer Nachteil. So, das war es auch schon mit den Nachteilen. Jetzt kommen wir mal zum Fazit. Mein Fazit ist, ein Bumper besser als die normale Hülle beziehungsweise für wen ist ein Bumper überhaupt gedacht? Für mich kommt ein Bumper nicht an eine gute Schutzhülle ran. Der einzige Vorteil ist die noch sichtbare und nicht verdeckte Rückseite, was aber auch wiederum ein Nachteil ist, denn man muss sich hier dann mindestens eine Schutzfolie aufkleben oder ein Panzerglas. Zudem hat man dadurch einen dickeren Rand an der Rückseite, welcher mich doch sehr stört. Alles andere kann eine gute Schutzhülle besser. Sie muss nicht so dick sein, kann einen Innenschutz haben und liegt um einiges besser in der Hand. Um ehrlich zu sein, fällt mir jetzt auch keine Zielgruppe ein, bei der ich sagen könnte, für dich ist ein Bumper perfekt. Oder fällt euch da vielleicht etwas ein? Rein in die Kommentare damit. Eventuell ist genau das auch der Grund, weswegen es kaum noch Bumper auf dem Markt gibt. So, das war es auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, was für Vorteile ein Bumper hat und welche Nachteile er hat. Und ja, natürlich wie immer, werdet Abonnent, lasst einen Daumen hoch da, ich würde mich riesig freuen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.